Folgende Spielregel. Geh mit ihr einkaufen, sie bekommt alles, was sie will. Geh mit ihr ins Restaurant, du lässt sie essen, was sie will. Wenn du auch nur auf die Idee kommen solltest, sie anzufassen, dann bist du tot. Haben wir uns verstanden? Ein Problem gab es. Wir haben gegen die Goldene Regel verstoßen. Jetzt bin ich wieder dran. Bereit? Das ist absoluter Irrsinn, ich will das nicht. Halt's Maul. Oh Mann. Willkommen.